Hey ihr Lieben, seit letzten Dienstag gibt es eine neue Folge von Find Her, in der ich nicht nur Tim spiele, sondern auch mich selbst. Also, in echt. Können Sie mir helfen? François! Paulina, gespielt von meiner großartigen Kollegin Cosima Hennmann, möchte ein Autogramm von Tim haben. Also von François, von mir in der Folge in echt. Könntest du mir einen Feind holen? Klar. Ich weiß, es klingt komisch, aber magst du mir vielleicht ein Autogramm geben? Die Unterschrift ist zwar schon drauf gedruckt, aber in echt, das wäre so viel toller. Und deswegen gibt es für euch das, bei dem ihr ein Autogramm gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Kanal at Find Her, die Webserie auf Instagram abonnieren, das Video liken, einen Kommentar drunter posten und dann wird das Ganze verlost. Ich schicke euch dann ein original unterschriebenes Autogramm mit persönlicher Widmung zu. Das gleiche wird auch nochmal auf YouTube sein. Das heißt, es gibt insgesamt zwei Autogramme, die verlost werden. Auf YouTube sind es dieselben Bedingungen. Den Kanal Find Her, die Webserie abonnieren, das Video liken und einen Kommentar drunter schreiben. Und dann wird verlost. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.